Herzlich willkommen bei Rikim Elektronik in Düren. Wir sind Ihr Kfz-Fachbetrieb für Auto-Elektronik mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Kombi-Instrument, Navigationsgerät, Steuergerät oder ein anderes elektronisches Bauteil an Ihrem Fahrzeug ist defekt? Sie suchen nach einer preiswerten Alternative zum Neukauf? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Nach Prüfung übernehmen wir für Sie den Aus- und Einbau in unserer Werkstatt. Gerne können Sie uns auch das defekte Teil per Paketdienst zukommen lassen. Kontaktieren Sie uns jetzt.